Hierher moin moin und meddel meine lieben Freunde. Heute kam dann noch die lange erwartete Nachricht, was denn nun aus der Revision geworden ist, die die Staatsanwaltschaft ja nochmal einlegen wollte. Und es ist so, wie viele es schon vermutet haben, die Revision wurde von der Staatsanwaltschaft zurückgezogen. Scheinbar gab es keine Gründe gegen das Urteil, das ist ja sowieso nur sehr selten, dass eine Revision ja auch noch Erfolg hat, aber eine Möglichkeit war es ja noch von Seiten der Staatsanwaltschaft. Das bedeutet nun, dass das Urteil bezüglich Bewährung auf ein Jahr nun rechtskräftig ist. Das bedeutet aber nun auch, dass die Bewährungsauflagen rechtskräftig sind und von Rainer begonnen werden müssen. Nun gab es in den letzten Tagen ja schon einige Punkte, die auf eine bereits begonnene psychologische Behandlung haben schließen lassen, so wie ich das in meinen anderen Videos ja auch schon mal angesprochen habe. Außerdem hat Rainer ja angekündigt, am letzten Mittwoch war es glaube ich, in der Klapse zu sein, so wie er es nannte, was wohl die Klinik in Erlangen war, wo er zum Anti-Aggressionstraining war. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, seinen Führerschein dadurch bald wieder zu bekommen. Natürlich ist das Anti-Aggressionstraining keine Bewährung des aktuellen Verfahrens gewesen, aber es war ja eine Bewährungsauflage des alten Verfahrens und vielleicht muss er diese noch nachholen? Ich weiß es nicht genau, ich gehe aber stark davon aus, dass es nur wegen dem Führerschein war. Auch wenn ich die psychologischen Besuche nun vermute, ich wundere mich ein wenig, dass diese so schnell stattfinden. Normalerweise wartet man in Deutschland ja Monate auf einen Termin und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Rainer sich um Termine gekümmert hat, als das Urteil gesprochen wurde und die Revision erst eingeleitet wurde. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall scheint Rainer zumindest im Moment darum bemüht sein, diese Bewährungsauflagen zu erfüllen. Kurz zur Erinnerung, einmal die Bewährungsauflagen, die er nun erfüllen muss, das sind zum einen die 2500 Euro, die er an einen Verein für krebskranke Kinder zahlen muss. Das wird ihm aufgrund seines Verkaufs von Ranger im Moment ja auch nicht sehr schwer fallen. Dann die psychologische Behandlung, die er auch nicht abbrechen darf und der Kontakt zu einem Medienberater. Darüber wurde ja auch in letzter Zeit viel spekuliert, ob er bereits mit einem Medienberater zusammenarbeitet, da ja einige Videos von damals schon einen sehr anderen Stil hatten, als das, was man von Rainer eigentlich gewohnt war. Vielleicht empfiehlt er ihm jetzt aber auch nur, dass er nichts mehr hochladen soll, was für Rainer wohl die beste Beratung wäre. Dann gibt es aber auch noch den Punkt der weiteren Straftaten. Denn in der Zeit, als die Bewährung offen war, beziehungsweise dann später die Revision noch offen war, geisterten einige Dokumente im Internet rum, in denen es hieß, dass eine Verfolgung einer angezeichneten Straftat im Moment nicht erfolgt, weil Rainer in einer anderen Strafsache eine höhere Strafe zu befürchten hatte. Sollten sich diese Erwartungen dann aber nicht erfüllen, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Nun ist natürlich die Frage, was da genau angezeigt wurde und das weiß ich natürlich auch nicht. Aber wenn die Ermittlungen ruhen gelassen wurden, weil zum Beispiel eine Gefängnisstrafe im Raum stand und nun die Bewährung vor ein Jahr wirklich rechtskräftig ist, könnte es sehr gut sein, dass diese Ermittlungen nun wieder aufgenommen werden und Rainer dann bald nochmal vor Gericht stehen muss. Es bleibt also weiter spannend und wir schauen mal, ob Rainer sich dazu noch äußern wird. Das soll es für dieses kurze Video auch schon gewesen sein, ich wollte euch nur noch einmal auf den aktuellen Stand bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und meddl auf meine Freunde!